Liebe Musikfreunde, die Alpenwelle ist auch in diesem Jahr wieder im Liebesrotflü zu Gast. Mittlerweile schon zum neunten Mal, also wirklich legendär und jedes Mal ist auch die Stimmung dort legendär. Wir werden auch dort mit dabei sein und wir freuen uns sehr auf euch. Also bis bald bei der Alpenwelle im Liebesrotflü. Eure Sigrid und Marina.